Ich lerne Deutsch. Nummer 3955 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Leben ist so großartig, wie du es machst. Das Leben ist so großartig, wie du es machst. Das Sofa wurde bereits gebracht. Die restlichen Möbel kommen frühestens morgen. Die restlichen Möbel kommen frühestens morgen. Ich verstehe nicht, warum das so schiefgegangen ist. Ich verstehe nicht, warum das so schiefgegangen ist. Ich habe doch alles genau geplant. Der Sandstrand gefällt nicht nur uns, sondern auch unserem Hund. Der Sandstrand gefällt nicht nur uns, sondern auch unserem Hund. Wir toben dort gemeinsam. Zum fünften Geburtstag gab es viele Geschenke und fünf Luftballons. Zum fünften Geburtstag gab es viele Geschenke und fünf Luftballons. Du musst dich um die Inventarliste kümmern. Du musst dich um die Inventarliste kümmern. Es ist dringend. Du musst dich um die Inventarliste kümmern. Es ist dringend. Stehen bei dir immer noch Blumentöpfe auf der Fensterbank? Ich entspanne mich, indem ich Ukulele spiele. Ich entspanne mich, indem ich Ukulele spiele. Kannst du mein Auge sehen, wenn ich hier durchschaue? Darf ich den Donut hinterher essen? Ich kann das nicht glauben. Das musst du mir näher erklären. Ich kann das nicht glauben. Das musst du mir näher erklären. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich danke dir für deinen Rat. Ich wusste, dass du die richtige Antwort kennst. Ich danke dir für deinen Rat. Ich wusste, dass du die richtige Antwort kennst. Wir leben schon lange in diesem Haus. Es enthält viele Erinnerungen. Wir leben schon lange in diesem Haus. Es enthält viele Erinnerungen. Wir leben schon lange in diesem Haus. Es enthält viele Erinnerungen. Ich habe hier ein lustiges Video und hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Was gibt es heute zum Nachtisch? Hast du noch Sahne im Kühlschrank? Wir bauen hier vor allem Kräuter an, die nicht so viel Wasser brauchen. Wir bauen hier vor allem Kräuter an, die nicht so viel Wasser brauchen. Sport ist wichtig für mich. Ich kann dadurch mein stressiges Berufsleben besser bewältigen. Kannst du bei gestrecktem Bein mit den Fingern die Fußspitzen erreichen? Kannst du bei gestrecktem Bein mit den Fingern die Fußspitzen erreichen? Kannst du bei gestrecktem Bein mit den Fingern die Fußspitzen erreichen? Wir fahren immer mit drei Generationen in den Urlaub. Wir fahren immer mit drei Generationen in den Urlaub. Das schweißt uns zusammen. Lasst uns tanzen und Spaß haben. Hier erlebt ihr etwas, was ihr noch nie gesehen habt. Auch mir macht der Unterricht jetzt wieder Spaß. Früher mochte ich Geografie überhaupt nicht. Auch mir macht der Unterricht jetzt wieder Spaß. Früher mochte ich Geografie überhaupt nicht. Wenn dir die Schrift auf dem Handy zu klein ist, kannst du meine Brille nehmen. Wenn dir die Schrift auf dem Handy zu klein ist, kannst du meine Brille nehmen. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin jetzt auf dem Handy. Ich bin jetzt auf dem Handy. Vielen Dank.